Wo lege ich eigentlich den Ball ab? Hi, ich bin Sarah Schumacher. Ich bin Deutsche Meisterin, Weltmeisterin und Champions League Siegerin im Minigolf. Variiert hier gerne im Abschlagsfeld. Ihr seht zum Beispiel mittig zielt der Ball hier auf das zweite Hindernis. Wenn wir den Ball allerdings etwas nach rechts verschieben, haben wir eine gerade Linie, wo wir durchspielen können. Bis zum nächsten Mal.